Und da ist noch ein Storch gelandet bei mir. Vor Aufregung über die Störche habe ich gerade den Schlüssel auf dem Flug liegen lassen. Aber mir wäre die ganze Fahrt nicht weggefallen, abgefallen. Ja, der Bauerhaus hat wohl viele Würmer in der Nähe, dass so viele Vögel hier sind. Unsere Bussagen, Störche, Krähen, alle marschieren hinter meinem Flugherd. Und probieren da was zu wischen. Und probieren da was zu wischen.